Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minus 3 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Und der Thompson. Servus. Servus. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt auf Sektor 125 kurz gewechselt, weil ich von diesem eigentlich starten wollte und dann festgestellt habe, dass wir hier sozusagen etliche Grundressourcen nicht haben. Aber warum ist das so? Ah, vermutlich, weil sie klar verbraucht wird. Kupfer hier, so der. Achso, das ist das, was in die Produktion geht. Achso, okay. Ach, der Sektor ist das. Ah, okay. Das ist ja noch gar nicht so lange her, wo wir den Sektor hier hergeholt haben. Wohin geht das ganze Kupfer? Das geht in die Verteidigung. Hatte, die Verteidigung. Das ist so eine lange Wurst. Ja, aber das wird hier nicht verbraucht. Das ist ja erstmal nicht, wird das schlimm. Hier fließt es nicht rüber. Guck mal hier, der kriegt es nicht hier, ja genau. Die Kreuzung ist kaputt. Die kreuzt nicht mehr. Und ich habe mal die Legierungsschmelze ausgestaltet, weil das verbraucht auch ordentlich Kupfer. Ist da ein Förderbandverkehr drin? Ah, das ist das Problem gewesen. Guck. Da sitzt der Hahn auf der Kluck. Ah, weil das ist früher, ich verstehe, das ist früher in die andere Richtung gegangen, weil das ein Überlauftor ist, hier. Aber, man könnte ja hier... Wo geht's hier unten hin? Weiteres Überlauf vormachen. Ich habe da unten einen Behälter hingestellt. Warum? Dazu den Gans, dass es sich da halt ein bisschen was sammelt. Ein bisschen einen Buffer hat. Einen Buffer. Das ist ja toll. So, und warum kommt da jetzt Sand mit raus? Bei der Kupferleitung, da ist jetzt irgendwo ein Fehler. Da ist jetzt Sand drauf. Ja, ich sehe es hier. Da, wegen der... Warte. Da. Wegen der Brücke? Ja. Weil wenn direkt neben der Brücke ein anderes Förderband ist, dann liefert es das darüber. Muss mir jetzt hier einer den Sand absammeln. Wir haben doch einen Sortierer, oder? Ja. Naja, dann sortieren wir da. Kupfer. Also. Der geht dann... Achso. Weil dann kann ich den Kupfer gerade aus. Ach, du hast einen Behälter hingestellt. Ja. Dass der Sand da reinlaufen kann. Ja, aber beim Kupfer dachte ich. So, sollte wieder gut sein. So, jetzt kommt natürlich auch wesentlich weniger Kupfer wieder am Kern an. Also, uns ging es darum, wir wollten eine andere Karte starten und dann ist uns aufgefallen, dass wir keinen Kupfer hatten. Nur, warum wir jetzt gerade hier unterwegs sind und hier Dinge tun, die wir so machen wollen. Ähm, aber ansonsten so richtig durchoptimieren oder noch mehr durchoptimieren, bräuchte eigentlich nicht, ne? Hier könnte man noch ein Überlauftor einbauen, das würde vielleicht ein bisschen Vorium zurück in den Kern fördern. Könnte einen besseren Wohra hier aufstellen, denn... ...weil gegen Wohra. Ah, und mit der Glaser machen wir auch gerade keins. So, deswegen kann ich da keinen Wasserextraktor. Du kannst nicht Wasserextraktoren? Ne. So, dann kommt da noch ein bisschen mehr Thorium an. Aber gut, daran liegt jetzt nicht unbedingt. Was ist hier denn los? Warum ist denn hier eine Brücke? Muss doch gar nicht sein. Na, egal. Was machst du da? Aua! Ich nehme hier einfach durch die Gegend hier. Das ist... Ja. Noch mehr Kupfer. Von hier unten das Kupfer... Das geht wirklich nur eine Runde, ne? Also von den Produktionsstätten hier. Das geht ja nicht nach oben durch. Ja. Ja, das Problem ist, da sind so viele Nebenleitungen. Ja. Eine Nebenleitung. So, also die Energieentzeugung hier oben hat ein bisschen zu tun. Das geht schon mal. Die Kohleproduktion macht da auch was. Die machen dann hier Kohle und dann haben wir hier das. Silenzium kommt auch mehr als genügend an. Bisschen Metaglas wäre... Ach, nice. Na ja, haben wir nicht, ne? Metaglas haben wir hier gar nicht auf der Karte. Muss man noch produzieren. Lassen wir uns das nicht liefern irgendwo her? Haben wir hier nicht irgendwie... Hier haben wir doch... Nee, hier hat das... Nee, wir haben Dings geliefern lassen, ne? Das Elektrom und... Ja. Plastanium. Plastanium, genau. Ja, aber Metaglas könnte man ja dann hier hinten mal in der Base produzieren, die wir hier hatten. Da war nämlich noch Kohle und Sand hier. Guck mal. Hier ist die Kohle. Ist der Sektor sicher? Der Sektor ist sicher. Okay. Also fürs Erste. Metaglas kannst du dann erstmal da produzieren und so. Und das dann, äh, sozusagen weiterbringen lassen. Ja. Der Sektor grenze. Ist dieser Sektor sicher? Oh klar. So. Wo sind unsere Foldis? Die wer? Die... Baudrohnen. Die sind so hier rum. Die sollten wir eigentlich helfen beim Abreißen. Mit dem Abreißen helfen, stand. Wir haben keine Baudrohnen. Doch, haben wir. Mehr als die noch hier. Baudrohnen. Juhu. Sind, glaub ich, keine Baudrohnen. Ah, doch. Sind Baudrohnen. Warum gehen die nicht vor? Wiss ich nicht. Weil er sind wahrscheinlich kontrolliert. Abreißen. Dichtbar. Naja. Dann markier doch mal was, was ich abreißen kann hier. Das soll ich alles abreißen hier, oder was? Ja. Weil das ist von der... ...vorhärigen Base. Die böse Base. So, noch ein Moment. Haben wir da nicht mehr von denen? Ja, aber mehr kann ich nicht steuern. Ja, aber die sollten ja... Ja, vielleicht erkenne ich das nicht. Ah, Chaos startet die andere. Ja, ich hab sie hergeholt. Drück mal auf G. Warum? Ja, dass ich schau, ob sie irgendwas macht. Achso. Na, jetzt ist hier nix mehr. Ja. Schauen sie. Drück mal auf G. Ah, da oben ist auch noch was. Drück mal auf G. Geh mal Bier holen. Was sind denn schon wieder? Wer hat da unten grad was ab? Ganz ruhig. Ich glaub, ich hab irgendwo Verluste. Ja, ihr könnt's ja so herumfliegen lassen. Ja, könnten wir. Wollen wir aber nicht. Es könnte alles so einfach sein. Nein, ist es aber nicht. Wie war das denn mit dem Singen? Kann ich gut. Ja, gut. Okay. Aber was machen wir jetzt denn noch? Also eigentlich sind wir doch hier durch. Metaglas hier. Achso, Metaglas. Okay. Was sonst sind wir eigentlich durch hier? Was denn? Wir könnten hier eigentlich auch so zum Beispiel explosive Vermittlung oder so herstellen und dann hochschießen. Und man kann hier sicher einiges aufräumen, weil wenn der Sektor sicher ist, dann wird der nämlich da angegriffen. Können die Fabriken auch stehen bleiben. Habst du den Gegner an deinen Fax? Nee, kann ich nicht. Ich bin noch so altmodisch, dass ich das noch nicht kann. Ich bin dann noch langsamer als unsere Bundesregierung. Flüssigkeiten kann man nicht hochschießen, oder? Nee. Ja. Wenn das abfüllst. Aber es geht ja im Spiel nicht. Nee. Gibt irgendwas, gibt's Neues? Ähm, hab ich gelesen. Industrie-Kapitän oder sowas. Oder Kapitän auf Industrie? Okay. Gibt sowas, das will ich mal angucken. Okay. Ich hab das bloß auf YouTube... Bloß aber ein anderes Spiel. Ja, 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 beim englischen YouTuber hab ich das gesehen. Bei einem englischsprachigen YouTuber. Ich gucke ab und zu diese Castron of Sky. Kennt ihr die? Nee. Warum nicht? Ja, warum sollten wir sie kennen? Ja, die macht ab und zu halt, die macht sehr viel, auch im Bereich Faktorien und so. Also, hier wirst du ein Problem kriegen, ne? Wo du jetzt reingebaut hast. Ja, man kann sie aufs Titanband dazulegen, oder? Weiß ich nicht. Das, äh... Könnte sein, dass hier eine Sortieranlage, dass hier noch Titan raussortiert wird. Keine Ahnung, warum. Der Titan geht hoch bis in das Kraftwerk rein. Ich glaube, da musst du das vorher irgendwo abscheiden nochmal. Das ist schon ziemlich voll, weil da liegt nämlich auch schon andere Sachen mit drauf. Ah, okay. Ja. Na, jetzt musst du aber schnell sein, hier oben mit abscheiden, weil sonst hast du das gleich in deinem Kraftwerk drinne. Guck mal, hier geht's auch durch. Ne, schau. Na, da. Ne, hier seitlich geht's auch raus. Aber dann wieder runter. Hier, seitlich? Dann geht's wieder runter? Und was denn? Also, das ist ja... ...knotenpunkt paar Axelons hier. Ja, das müsste man überarbeiten. Mehrfach knutet, das geht gar nicht. Ja, wie willst du das jetzt hier noch überarbeiten? Also, dann musst du ja alles abreißen. Also, dann musst du hier diesen ganzen Bereich ja komplett neu modellieren. Ja. Und das willst du, glaube ich, nicht. Wieso nicht? Weil wir vielleicht noch einen anderen Sektor angreifen wollen? Ja, passt. Dann... ...ließe ich's halt mit so'n Gerät hoch. Und drüber. Lass! Ja, ich... ...meine Maus ist zu klick-empfindlich. Ich bin wieder beim Hochschieben mit einer rechten Maus das da hingeben. Wir müssen hier mal wieder Titan reinbringen. Jetzt bericht uns hier bald das... ...Fachberg zur Sonne. Lass noch einfach ein Meterglas drauf. So! So! Ja, die ganzen Sanddinge brauchst du hier ja schon irgendwie. Ja, das könnte man... ...eben jetzt, wo es nicht mehr angegriffen wird, könnte man da zum Beispiel die... ...Luftverteidigung bekreisen und das optimieren. Selektionproduktion. Welche Luftverteidigung meinst du? Hier, hier. Ah, hier diese. Naja, aber noch Messier Lithium Christi hat dich abtransportiert. Musst ja schon wieder andere Förderbänder machen. Und so viel Kreuzung, wie drinnen sind, kannst du die anderen Förderbänder nicht nutzen. Ja. Wie gesagt, das kann man... ...dann... ...Mirwanas machen. Ja, würde ich auch so sehen. Jetzt können wir dann Sektor angreifen. Jetzt haben wir genug Ressourcen. Oder? Boah. Titan werden wir da vielleicht finden. So, dann... ...zure Karte gehen. So, die 64 wollte man machen, ne? Das wird aber nicht hochgeschossen, oder? Mehr wird hochgeschossen? Das nehmen wir nur jetzt mit und es kommt nicht ein kontinuierlicher... Ja, 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 ja. Genau. Ja, 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 ja. Da müsste man den Landingpads dort haben. So! Oh, hier waren wir auch schon mal. In der 64. Da steht hier auch schon einiges. Guck an. Da sind wir wohl auch schon mal gescheitert. Äh, das sieht auch schon sehr höchst professionell aus hier, was wir hier gebaut haben. Ja. Oh, jeden anderen. Okay. Einen Elektroturm nicht mehr fertig gebaut gekriegt. Hihihi. 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 Das, äh, da hat es hier wahrscheinlich schon mal ganz bitterböse auf den Sack gegeben. So, wie das aussieht. Auch mit Lufteinheiten. Hm. Hier steht auch wild unkontrolliert irgendwo was rum. Ist das noch nicht wieder schlimm. So, dann mal weiter hier. Gut, dann müssen wir jetzt hier Rebuilding machen. Also das, was wir schon mal gebaut haben, nochmal bauen. Das ist ja kein Problem. Das kennen wir uns ja mit aus. Da sind wir ja flexibel wie ein Brecheisen. So, da war dann hier Förderbänder drum. Ich glaube, wir hatten da noch nicht, äh, gut genucke Förderbänder und so. Ah, nicht Förderbänder, äh, Mauern. Na, das ist durchaus eine plausible Erklärung. Was ist, was geht denn das Förderbänder hier? Das ist, was steht doof. No. Okay, da geht also Kupfer in den Kern von hier aus. Okay, gut. Naja, das kann ja passieren, sowas. Es gab ja schon schlimmere Ideen. So. Oder? Was meint ihr? Wo geht das Kupfer denn hin? Ach, das ginge einfach so dran. Ah ja, okay. Dann wollen wir das doch einfach mal da dran bauen. Da würde auch flexiblen Brecheisen. Ups, Salat. Das ist nicht gut. Da haben sich Sachen eingeschlichen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nichts Eingeschlichenes haben. So, oder gar ein Geselchtes. Wie heißt das immer? Geselchtes? Gesalzen? Was? Zum Kassler. Zum Kassler. Geselchtes. Das ist quasi... Oh, jetzt die Runde... Oh, 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 oh. Oh, eine Kreuzung schiefgegangen. Oh, 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 oh. Da ist eine Kreuzung schiefgegangen. das war weniger intelligent jetzt es gibt Dinge im Leben, die macht man halt dreimal so okay, dann ist das erstmal angeschlossen hier, hier unten ist die große Sandproduktion für die Metaglasproduktion, das Metaglas muss dann wo habt ihr denn das Metaglas gebraucht? hier drüber da durch wie kann man denn hier hoch eben kann man es nicht hoch haben wir hier auf der Karte eigentlich Torium ähm müsste Master Schritte schauen ähm nee nee du kannst direkt auf der Weltkarte schauen was da wo es einfach ist oder wie aber nee wirklich nicht so okay wo ist denn jetzt hier wo kommt ach so haben wir schon mal eine Gegnerwelle gehabt ja wo kommen die denn kommen die hier rum das war auch sowas wo wir gegen die Flieger nicht so ganz sauber waren weil die Flieger aus allen Richtungen kamen ich glaube da kamen die Flieger aus allen Richtungen thema das kriegen wir ja hin aber warum produziert das Graffit Ding hier nix mehr weil es ach was sagt die Bohrer wahrscheinlich nicht am Strom hängen keine Elektrifizierung hat mir hier keine Elektrifizierung kein Strom kein Strom ist nicht schön ich grade den Kern ab dass wir ein bisschen mehr Ressourcen speichern können du machst ne Greta mit dem Kern eine ab Greta ja der war blöd aber was soll ich machen manchmal bin ich halt einfach einfach gestrickt tut mir leid aber wisst ihr noch was noch ist Rekkenende richtig der Kandidat bekommt 100 Punkte ab 1000 gibt es ne Waschmaschine so ähm gut dann würde ich sagen war es das mit einer Runde Mindustree hier äh aus D-Games Studio mein Name ist Master Schröder bei uns war das Chaos und der Thompson wir sehen uns beim nächsten Mal und es fängt an zu schneien ist das nicht schön der erste Schnee im Jahr immer ein glücklicher Tag Tschüss Servus Ciao